Fuck, man. Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu Battle Wars. Ja, die letzte Runde war natürlich richtig heiß. Also richtig heiß. Jetzt haben wir schon wieder eine Map, die wieder was für Donner sein könnte. Ja, jetzt werden wir mal sehen, was hier los ist. Und vor allem, wo wir hin müssen. Oh, da ist mein. Ja, ich bin gerade noch abgeprallt und dachte, vielleicht kriege ich noch. Ja, es steht 19 zu 13. Wenn Don die jetzt noch kassiert, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Ich bin ultra konzentriert. Ultra. Ja, Don muss Punkte holen. Sonst gibt es nämlich einen Arsch voll. Und das ist von mir. Es geht eigentlich nur noch. Hä, oben lang? Nee. Ach du Scheiße. Ey, wer da den Punkt nicht kriegt, hat auch die Strafung hoch 10. Also ich liege jetzt vorne. Noch. Boah, wer jetzt. Unkonzentriert durch den Gegendach. Wer jetzt explodiert, hat verkackt. Oh, dann liegt aber hinten. Die Map ist sehr groß zumindest. Aber das werden wir noch sehen. Oh, hier zünde ich lieber nicht, ey. Hier gehst du wieder ab wie die Luzi. Ey, Junge, verkackst du einmal, hast verkackt. Ja. Au. Au. Er hat verkackt. Hast verkackt? Ja. 4 Punkte. Aber wer weiß, was kommt. Das werden wir ja sehen. Das ist hier ja. Also der Rocket, ich hasse dieses Auto. Au. Jetzt kommt ein Royal Ride. Jo, ich hab verkackt. Ey, geht da schon wieder los mit der Spannung hier? Alter, was ist das denn jetzt hier? Fuck, man, fuck. Zwei Runden geht die Bude, Alter. Scheiße, Mann. Hä? Ich prall immer an so einer Wand ab. Du auch? Schnell mal holen, bevor der Alte kommt. Fehler. Scheiße. Alter Schwede. Boah, Alter, war das ein Müsepunkt-Landung. Alter, habt ihr das? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich muss schnell wieder raus. Wie geht denn der scheiß Flip? Auf den Boden musst du. Hier kann man auch wieder Tipps geben. Ey, Leute, eh nicht. Weil, äh. Äh? Wo muss ich jetzt lang? Hast du den Checkpoint schon gekriegt, oder was? Ja. Du kannst es nur noch hoffen, dass mir was passiert. Ich schaff das hier nicht. Oh. Ich flieg überall hin. Oh, was ist das denn hier? Ach, da kann man durchfahren? Alter, ich schlage dich. Jawohl, das passt ja. Du hast mich auf der Motorrad-Map geschlagen. Und ich schlage dich jetzt auf deiner Spezialität. Ich glaube, ich habe noch keine Rocket gewonnen, die ich mit dir gezockt habe. Das Problem ist, dass die zu leicht ist. Du meinst, du kannst nur bei den schweren gewinnen? Oder was? Die kannst du ja. Au, ich bin rausgeflogen. Aber nicht aus dem Spiel. Au, ich bin nochmal rausgeflogen. Ey, das ist doch dumm. Das ist doch dumm, Alter. Es geht wieder los. Der Map-Erbauer ist schuld. Oh, ich komme hier nicht weiter. Oh, fuck, Mann. Hey, Junge, das ist ja richtig knackig hier. Knackig. Ja, Don, würde ich sagen, holt euch wieder auf. Nein. No, schaffe ich nicht. Ah, doch. Scheiße, hätte ich doch gepackt. Ich glaube, das hätte ich doch gepackt. Ich glaube, du hast wieder aufgeholt. Sieben Sekunden. Das ist noch der Unterschied. So, wie spielen wir? Es ist 2.09 Uhr in der Nacht. Bei euch ist es jetzt 14.06 Uhr. Ich bin ein Fuchs, ich weiß das. Boah, brauchen wir hier mal. Au, Runde 2. So, Don ist erst da. Ach, dann machen wir mal ein bisschen spannend hier. Ich habe ja noch gute Punkte hier. Ich meine, wenn er die gewinnt, hat er 17. Wo sind wir denn dann? Da, okay. Lassen wir uns noch mal ein bisschen spaß hier, ne? Schaut mal auch in die Abstimmung rein. Die kommt immer nach einer Minute des Videos. Das ist oben rechts das kleine Symbol. So, da könnt ihr mal abstimmen, welche Krone denn gekauft werden soll. Und ein Diskussionsforum ist jetzt eingerichtet im Kanal. Facebook ist verknüpft mittlerweile. Ja, so sieht's aus, ne? So. Drei Minuten im Rückstand. Das ist ja, glaube ich, hier in der Röhre drin, ne? Sehen wir ja gleich. So eine schöne Annäherungsmine, war dann? Fuck, Mann. Alter, weißt du, ich brauche zehnmal so. Ich fahre jetzt vorsichtshalber los. Das ist mir wieder eher zu Risiko gereicht, das ganze Thema. Ich darf ja nun nicht ganz die Punkte gefährden. Von drei Minuten ist es jetzt immerhin schon auf zwei Minuten runtergegangen. Achso, die Booster darf ich ja nicht vergessen. So sieht's aus. So sieht es aus. Oh, ist ja knapp. Oh, ist es nur noch 27 Sekunden? Schade, dass das nicht so spannend ist. Also, noch nicht. Ich habe ja jetzt 30 oder drei Minuten gewartet davor, ne? Aufladen, aufladen. Also, diese Noob-Filter sind aber langweilig hier. So, schön vorsichtig. Bevor Mr. Great Man hier noch ein Ding reißt. Mr. Great Man hat sich gedreht, glaube ich. Kann das sein? Hat man schön auf der Karte gesehen. Oh, Don, Alter. Das sind deine Punkte, du, ne? Ich habe extra drei Minuten gewartet, aber... Oh, ich bin aber auch echt gut, Alter. Was ist alles hier? Die leichten Maps hier von diesen Rocket, die gehen nicht. Was hat er denn jetzt gemacht, Alter? Der hat mich ja richtig verkackt gedreht. So, hier schön vorher den Booster einsetzen. Sonst dreht man sich nämlich nicht richtig. Und den Flip mitnehmen. Au! Wird's jetzt doch noch knapp. Hätte ich lieber fahren sollen. Man weiß es nicht. Ah, ist alles easy, peasy. 35. Ich nehme Abstand weiter zu. Alles easy, alles peasy. Die vier Punkte sind sicher. Ja, die sind auf jeden Fall sicher. Ja, das ist wieder meine Stelle hier. Ich hatte ja mal Glück gehabt gerade. Sonst wäre ich nämlich auch extrudiert. Ich verstehe gar nicht, wie man das schaffen kann. Was denn? Diese komischen Flip-Scheiße hier. Wow, ich dachte, da kann man durchfahren. Ja, meine Stelle ist die, die du vorhin im First Try gemacht hast. Oder was heißt First Try? Wo man aus der Röhre rauskommt, weißt du? Die so schräg mit dieser langen Straße. Achso. Ja, die schaffe ich immer nicht. Ja, die Runde ist ja jetzt nicht so spannend. Also die letzte Runde war ja der Hammer. Ja. So, schaffe ich das jetzt gleich First Try oder was? Das sehen wir jetzt. Ah, easy peasy. Einmal abbremsen bitte. Jo, dankeschön. Das könnte eine Rockstar-Map sein. So entspannt wie die ist. Und da ist das Ziel gleich. Vier Punkte für mich. Scheiße, ey. Rocket Voltic. So, liebe Zuschauer. Es steht 23 zu 13. Was heißt das für Don? Don muss jetzt 10 Punkte aufholen. Das heißt, wenn er die nächste und die übernächste Runde gewinnen sollte, hätte er schon 9. Denn es kommt die letzte zu Fußmap jetzt. Die letzte hat er gewonnen. Wenn er die jetzt nochmal gewinnt, kriegt er 4 Punkte. Und danach ist die erste 5er Runde bei BMX dran. Ach, scheiße. Und wir haben keine... Wir haben keine heftigen Karten mehr vor uns. Außer dieser Triathlon. Naja, auf jeden Fall. Danke, dass ihr schon zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal.